Ja, also wir haben unsere S4-Conversion bei der EGO mit CBS realisiert. Wir beschäftigen uns jetzt mittlerweile seit 2017, 2018 mit der S4-Einführung und haben vor zwei, drei Jahren intensiv Gespräche mit CBS geführt und letztendlich für uns auch jetzt den besten Partner mit CBS gefunden und damit jetzt auch erfolgreich die EGO auf S4 gebracht. Also wir haben komplett Finance und Controlling als Greenfield eingeführt und haben tendenziell die Logistikmodule, die operativen Prozesse weniger stark verändert, um einfach sicherzustellen, dass wir da keine Probleme mit der Lieferfähigkeit bekommen nach dem Big Bang Go Live und das hat am Ende jetzt auch gut funktioniert. Wir sind in der Testphase 1 damit gestartet, wirklich Fehler zu finden, so viel wie möglich, um das System möglichst schnell stabil zu bekommen und die dritte Testphase war dann eher so die Generalprobe und auch stark im Fokus des User Trainings, um die User an das System zu gewöhnen, damit es nach dem Go Live möglichst treibungslos funktioniert. Ja, letztendlich ist ja so viele Fehler, wenn die in einem Buchungskreis auftreten, drehen die in allen Buchungskreisen auf. So und wenn man das gleichzeitig testet, dann kommt der Fehler eben dann x-mal hoch und durch diese Pre-Testphasen haben wir das im Prinzip verhindert, dass wir die Fehler dann schon behoben hatten, bis dann die große Masse auf das System gegangen ist. Der Go Live an sich, abgesehen von kleineren Themen, die aber jetzt wirklich nie kritisch waren, lief der Go Live dann am Ende problemlos durch. Ich glaube, die größten Herausforderungen gehen schon zu Beginn los, erst mal den richtigen Scope zu finden machen. Unser Ansatz war natürlich möglichst viel Greenfield zu realisieren, muss es aber letztendlich auch so gestalten, dass es technisch sowie als auch für die Organisation machbar ist und realistischer Scope ist. Und dann im Projekt ist natürlich auch nochmal die Herausforderung da, das dann auch so umgesetzt zu bekommen mit allen Unwägbarkeiten, die man bei so einem großen Projekt hat. Also zum einen natürlich, wir haben die neue S4 Plattform, haben jetzt eine neue technologische Basis, auf der wir jetzt auch wieder besser weiterentwickeln können. Wir haben das Thema Finanz und Controlling komplett neu aufgesetzt, um mehr Transparenz in die Zahlen zu bekommen, um bessere Strukturen zu haben, um uns da zukunftsfähig aufzustellen. Ja, das sind so die wesentlichen Themen und jetzt geht es eben weiter, die weiteren Potenziale zu heben mit Automatisierung, mit weiteren Prozessoptimierung.